Hallo, ich bin der Vincent. Willkommen zu der, ähm, keine Ahnung, wie schießen vorher gemeint ist, das Mörder. Diesmal mit Tendenk. Hallo. Ich bin natürlich geändert, dass man ihn endlich als Mörder bemerkt. Und mit Tobi. Hallo. Dieser Zygaming ist nichts. Den kennen wir nicht. Und dann sehen wir uns in der ersten Runde. Dann weiß der andere, ja, der Detective. Dann ist der eine Detective und weiß, dass er den kennen muss. Aber wenn der andere das nicht weiß, dann ist er halt so richtig lustig, dass man ihn dann hinterrücksermordet. Das ist immer so lustig. Weil die Runden sind am besten, wenn man sagt, ich bin Mörder. Und dann ist der andere einfach Mörder. Ich bin gerade beim Detective. So wie vor uns Vincent, ne? Du sagst nicht, du willst Mörder und dann... Hahaha. Hat er es gesehen, Vincent? Ja. Er ist in den Tod gelaufen. Er ist vom Steg runter gefallen. Hör den Arme. Hahaha. Ich will einfach Vincent. Ich habe einen Nachanfall. Mal gucken, wie er ganz gut ist. Ja, ich weiß schon. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich kriege echt einen Nachanfall. Wie einfach der Stumpf runtergelaufen ist. Ja. Jetzt habe ich dich verloren. Ja, weil ich konnte. Loll. Ich sehe, wir haben nur noch drei Händen. Oh, es sind zwei Tote. Einmal blau und einmal blau. Ähm, rot. Nichts wollen dann, weil nichts. Das waren die Regeln. Ja, aber ich kann doch sagen, wer tot ist. Ja, das schon. Aber... Ich bin noch nie gesehen. Ich glaube auch. Lass mich auch finden, wenn ich tot bin. Was? Du weißt ja nicht, tot bin. Du warst neben mir nicht gestorben. Easy. Erwart'n. Erwart'n. Mörder. Ja, so ein Mädchen. Ach ja, ich hab... Ach ja, ich hab... Ach ja, ich hab 23 Mörderchance. Ähm, das ist aber von letzteren Mission fail. Ja. Ich hab zwei Detektive und 24 Mörder. Was bin ich noch? Ich nicht. Ja. Ich bin nicht genug. Ja. Ja. Vielleicht. Innocent. Innocent. Ich hab ein Mädchen. Ja. Ja. Und ich. Ja. Ich bin das Mädchen. Ja. Ja. Ich hab ein bisschen kreativiert. Ich habe ein bisschen geändert. Ähm... Okay, Penal Creator ist es nicht fein. Ja, wenn du was... Was? Lada. Lada? Ja. Kannst du halt dafür denn Lada sein? Geh weg. Gleit mal stehen. Gleit mal stehen. Ich möchte ihm was zeigen. Was denn? Okay. Ich brauche sicher jetzt am Start. Von mir? Nein. Wieso denn? Also glaubst du, dass ich... nicht Mörder bin. Ich stelle erst mal schön weg. Ich weiß nicht, ich kenne nur Körper. Oh Vincent, sieh dich. Tartgen. Mhm. Okay, ich glaube... Das war doch... So? Mann! Ich war nicht Mörder. Ich hatte einen Bogen. Und dann kam er mit seinem Schwert an. Das ist schön. Weißt du das? Bärchen? Ja, und das schält die ganze Zeit weg. Nein, nein. Eigentlich... Weißt du das Bärchen? Was? Was? Was ist das hier? Was ist das hier? Hier war niemand mit so einem Bogen. Da wollte ich nicht mit meinem Schwert hier jetzt, ähm... Einen Rücken rein zu machen. Ach, du wirst du, das ist der Mörder. Weil du hast dann auch auf einmal so richtig komisch gelacht. Zum Glück wirst du kein Intercent. Aber wo ist denn Wind? Ey, Vincent, bist du ein Innocent? Nö. Wo ist denn Wind? Da muss ich abhauen. Ich habe gerade eine Klimaanlage an. Weil meine Hände nicht voll schwitzen. Und ich hoffe, das kommt nicht auf die Aufnahme. Wenn's denn, wenn du ein Innocent bist... Sag mal, sag mal, Aktionen. Was? Sag mal, was du bist. Nicht innocent. Mach die Klimaanlage wieder auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mit in die Aufnahme kommt. Ich bin auf jeden Fall nicht innocent. Was ist denn? Ich glaube, das wird jemand verstanden. Ich habe übelst viel Angst, dass der Rote ein Mörder ist. Was? Was? Wusstest du, dass ich seit neuestem einen roten Stimm hab? Also so ein... Nein, habe ich nicht? Doch! Wirklich! Ich habe mir in letzter Runde so einen roten Stimmer auch reingemacht. Und ich dachte, ihr kennt euch einmal das Kind. Was? Seht ihr von dir? Was? Was? Was tust du denn? Seht ihr mich tot? Dann bist du auch tot. Ja und? Warum sollt ich? Wenn du auch tot bin. Oh. Ich führ zu dir. Ich komme zu dir. Ich führ dir nur sagen, das ist nicht prinzend. Warum habe ich keinen Pfeil mehr? Ach du hast den Bogen aufgehoben. Hi Vincent. Was? Obwohl ich jetzt einen Pfeil habe oder einen Bogen. Komm her Vincent. Jetzt habe ich ab. Okay Vincent nicht mehr. Ich wurde auf der runtergeklebt. Wir sollen wieder. Hey Vincent liegt hier. Also Vincent ist kein Mörder. Vincent lebt noch. Nein Vincent liegt hier. Das ist nicht der Rote. Vincent liegt hier. Vincent hat immer noch den weißen Skin. Ja. Und der liegt hier. Hallo? Hallo? Oh Gott. Wer ist das? Das ist Dominik. Ah hallo Dominik. Ich bin gerade Mörder. Ich nehme gerade auf. Hallo? Das war so geil. Wie einfach du der einzige Überlebende warst und mit dir selbst so gesprochen hast. Ich würde sagen das war es mit dem Video und tschüss. Das ist ein bisschen cauer. Ich hätte gerne mal ein bisschen überleggerissen. Achse habe ich mit dir.